Wir haben gerade gefragt, ob wir das Lied nicht lieber später spielen wollen. Aber es ist ja so als Auflockerung gedacht, weißt du? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit romantische Liebeslieder gehört, weil man ein bisschen makaber wäre. Deshalb kommt jetzt eine uralte Chanson. Oder was ist das überhaupt? Das ist das 50er-Jahre. Das ist das 50er-Jahre. Ja, etwas morbide ist es. Ich tricke hier noch etwas von deinem Blakadio. Okay. Komm, ich rieche mal. Na rüber. Prost. Das kann man lüchterlich so gut ausreiten. Wir haben ja den fetten Blumenkohlen, wenn ihr will. Ich sehe das schon kaum. Von mir nicht. Okay. Stehst du auf? Ja. Stehst du auf? Ja. Na ja. Mal schön zu mir hier. Franz. Sissi. Bleib bei einer Ansage, Franz. Sissi, wollen wir tanzen? Oh ja. Hier ist schon die alte Reise. Das ist aber kein... Herr Höchst. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich schüttel. Schatz, geh nach Haus. Ich hätte so was überstoppen. Wir müssen Jürgen essen, ein bisschen locker machen, glaube ich. Sollte das nicht jetzt. Mach es mal Sissi. Und lass uns deine Moderation vorbereiten. War das noch mal, Sissi und Franz? Los, in Gas. Pack mal Sissi. Ich schau's. Geh nach Haus. Der Mann, die ist krank. Wie ist der krank? Wie geht's dem Essen krank? Komm, lieber Franz. Noch einen Tanz. Dann geht heim zu meinem Mann. Zu meinem armen, alten Mann. Zu meinem Mann, zu meinem Mann. Zu meinem armen, alten Mann. Kein Bankade mehr für den Pianisten, bitte. Schatz, geh nach Haus. Dein Mann, der ist tot. Wie ist der Tod? Vorbei ist die Not. Komm, lieber Franz. Los, nach einem Tanz. Dann geh ich heim zu meinem Mann. Zu meinem armen, alten Mann. Schatz, geh nach Haus. Gleich bist du ja reich. Was sagst du gleich? Du bist reich durch die Leich. Und ein Nein, lieber Franz. Keine Zeit. Frans? Frans? No. Jetzt muss ich heim zu meinem Mann, den ich von Herzen beweinen kann. Jetzt muss ich heim zu meinem Mann, den ich von Herzen beweinen kann. Ich auch hinter mir. Ich bin exercício. Mein Gott. Ich bin zHow差. that in mir. Gefängnis und schatz der Eingbauung.